Hallo zusammen und willkommen. Kurkuma hat es geschafft, die europäische Küche im Sturm zu erobern. Das indische Wundergewürz weist eine unzählige Reihe von Heilwirkungen und gesundheitlichen Vorteilen auf. Die Heilpflanze, die in der chinesischen und indischen Medizin zum Einsatz kommt, eignet sich fantastisch als Elixier für den perfekten Start in den Tag. In unserem heutigen Video stellen wir Dir die vielen Vorteile und die Heilwirkungen von Kurkuma-Wasser am Morgen vor. Viel Spaß! Kommen wir zunächst zu der Zubereitung des Wundergetränks. Die Zubereitung eines frischen Kurkuma-Getränks funktioniert spielend leicht. Dazu füllst Du lauwarmes bis heißes Wasser in eine Tasse und fügst 1 Teelöffel Kurkuma-Pulver hinzu. Für einen verbesserten Effekt empfehlen wir die Zugabe von einer Prise schwarzen Pfeffer. Das darin enthaltene Piperin steigert die Wirkung dieses Trinks um 2000%. Abschließend kannst Du nach Belieben Honig hinzufügen, um für einen besseren Geschmack zu sorgen. Am Morgen Kurkuma-Wasser zu trinken lohnt sich und gilt als großartige Möglichkeit, den Tag mit einem gesunden Energieschub zu beginnen. Den stärksten Effekt bietet Kurkuma auf leeren Magen, weshalb Du den Kurkuma-Drink am besten vor dem Frühstück zu Dir nimmst. Auf diese Weise stellst Du sicher, dass Dein Körper optimal die Vorteile von Kurkuma nutzen kann. Wem das Kurkuma-Wasser nicht schmeckt, für den gibt es im Internet eine Vielzahl leckere Rezepte vom Tee über eine wohlige Kurkuma-Milch. Zusätzlich enthalten viele Nahrungsergänzungsmittel gezielt Kurkumin den Hauptwirkstoff aus Kurkuma. Aber beantworten wir zunächst die Frage, was ist Kurkuma? Kurkuma, alternativ auch Gelbeersafran genannt, wird seit langer Zeit für kulinarische und medizinische Zwecke verwendet. Das Gewürz gilt als eines der gesündesten Lebensmittel der Welt. Das Hinzufügen dieses magischen Gewürzes zu Deiner täglichen Ernährung bietet Dir eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen. Kurkumin, der Hauptwirkstoff von Kurkuma, besitzt viele therapeutische Eigenschaften und ist fester Bestandteil im Ayurveda und der chinesischen Medizin. Darüber hinaus unterstützt das Trinken von Kurkuma-Wasser auf nüchternen Magen den Körper dabei, überschüssiges Fett effektiv zu verbrennen. Aus diesem Grund gilt ein Kurkuma-Trink als Geheimwaffe bei verschiedensten Diäten. Nun möchten wir Dir 10 gesundheitliche Vorteile und die magische Heilkraft von Kurkuma vorstellen. Nummer 1 Kurkuma enthält über 200 bioaktive Verbindungen mit medizinischem Nutzen. Die indische Kurkuma-Wurzel verleiht dem Curry seine gelbe Farbe und gilt in ihrer Heimat als goldene Göttin. Diese Pflanze wird in Indien seit Jahrtausenden von Jahren als Heilpflanze und Gewürz verwendet. Erst in diesem Jahrhundert gelang es der Wissenschaft zu belegen, was die Inder seit langer Zeit wissen. Die bioaktiven Verbindungen der Kurkuma besitzen medizinische Eigenschaften. Diese bioaktiven Komponenten werden Kurkuminoide genannt, von denen das wirksamste das Kurkumin ist. Dieser Hauptwirkstoff der Kurkuma wirkt stark entzündungshemmend und antioxidativ. Der menschliche Körper nimmt das Kurkumin allerdings nur bedingt in die Blutbahn auf, weshalb Kurkuma effektiv mit schwarzem Pfeffer kombiniert wird. Das Piperin im schwarzen Pfeffer enthält eine in der Natur vorkommende Substanz, welche die Aufnahme von Kurkumin um das 2000-fach erhöht. Aus diesem Grund enthalten Nahrungsergänzungsmittel und verschiedene Kurkuminpräparate in der Regel Piperin, um die Wirksamkeit von Kurkumin erheblich zu steigern. Nummer 2 Vorbeugung und Behandlung chronischer Entzündungen dank Kurkuma. Das im Kurkuma enthaltene Kurkumin ist nachweislich stark entzündungshemmend. Tatsächlich ist die Wirkung so stark, dass es die Wirksamkeit einiger Medikamente übersteigt. Chronische Entzündungen spielen die Hauptrolle in der Entstehung vieler westlicher Krankheiten. Dazu zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Alzheimer und das metabolische Syndrom. Kurkumin blockiert das Molekül NFKB, was in die Zellkerne gelangt und dort Gene aktiviert, die zu Entzündungen führen können. Aus diesem Grund ist es von potenzieller Bedeutung in der Medizin und bei der Behandlung vieler chronischer Krankheiten. Nummer 3 Das Gewürz Kurkuma, eines der stärksten natürlichen Antioxidantien. Antioxidantien sind ein wichtiger Faktor im Anti-Aging und bei der Bekämpfung vieler Krankheiten. Das Kurkumin besitzt eine stark antioxidative Wirkung und steigert die Aktivität von körpereigenen, antioxidativen Enzymen. Das Wundergewürz neutralisiert die freien Radikale und stimuliert die antioxidativen Enzyme im Körper. Diese freien Radikale sind hochreaktiv und greifen deine Zellen im Körper und im Gehirn an. Bei einer zu großen Menge dieser Radikale im Körper können Zellmembranen zerstört und die DNA angegriffen werden. Dies führt im Verlauf zu einem schnelleren Alterungsprozess. Nummer 4 Neurotropische Faktoren Kurkuma für das Gehirn- und Nervensystem Die Neurotrophenfaktoren sind entscheidend für die Nervenzellendifferenzierung und das Überleben der Nervenzellen. Das Kurkumin steigert diesen Faktor nachweislich und führt im Ergebnis zu einer gesteigerten Hirnfunktion und einem geringeren Risiko für Erkrankungen des Gehirns- und Nervensystems. Die bioaktive Verbindung der Kurkuma erhöht den Spiegel des wichtigen Gehirnhormons BDNF. Dieses Hormon ist maßgeblich beteiligt am Wachstum neuer Neuronen und verhindert verschiedene degenerative Prozesse im Gehirn. Diese Prozesse führen zur Erkrankung im Gehirnstoffwechsel wie beispielsweise Depressionen, Alzheimer und all das bedingte Funktionsstörungen. Eine Erhöhung des BDNF-Wertes besitzt zusätzlich eine Wirkung auf das Gedächtnis und den Aufbau neuer Synapsen. Dementsprechend lässt sich zusammenfassend sagen, dass dich dein tägliches Kurkuma-Wasser intelligenter macht. Nummer 5 Kurkuma senkt das Risiko für Herzerkrankungen Herzkrankheiten gehören weltweit zur häufigsten Todesursache. Das im Kurkuma enthaltene Kurkumin trägt dazu bei, Herzerkrankungen effektiv vorzubeugen und die Gesundheit des Herzens wiederherzustellen. Die hauptsächliche Wirkung beruht auf der Verbesserung und Heilung der Zellschicht der Blut- und Lymphgefäße. Diese Zellschicht bezeichnet der Mediziner als Endothel. Eine Dysfunktion besitzt eine große Bedeutung bei Arterieskurose und ist in der Regel Auslöser für Probleme des Blutdrucks, der Blutgerinnung und verschiedener anderer Faktoren. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass Kurkumin die Endothelfunktion mit derselben Effizienz verbessert wie täglicher Sport. Darüber hinaus spielt die Entzündungshemde und antioxidative Wirkung eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von Herzkrankheiten. Nummer 6 Kurkuma in der Krebsprävention und Behandlung Krebs ist eine fürchterliche Erkrankung, die sich durch unkontrolliertes Zellwachstum äußert. Viele Krebsarten besitzen ähnliche Eigenschaften und breiten sich auf molekulare Ebene gleichartig aus. Kurkumin gilt als nützlicher Wirkstoff in der unterstützenden Behandlung bei Krebs. Es kann Auswirkungen auf die Entstehung und Ausbreitung von Metastasen besitzen. In Studien mit dem Wirkstoff zeigte sich, dass Kurkumin zum Absterben von Krebszellen beiträgt und die Angiogenese sowie die Metastasierung verringert. Hochdosiertes Kurkumin gilt allerdings nicht als alternative Medizin für Krebspatienten, sondern dient lediglich als Unterstützung in der Therapie. Die Kombination aus konventioneller Behandlung und Kurkuma scheint äußerst vielversprechend zu sein. Speziell bei der Behandlung von Krebsarten im Verdauungssystem wie beispielsweise Darmkrebs entfaltet Kurkuma seine volle Wirkung. Nummer 7 Kurkuma bei der Alzheimerkrankung und Demenz Die Alzheimerkrankheit gehört weltweit zu den am weitesten verbreiteten neurodegenerativen Erkrankungen. Diese Erkrankung ist Hauptursache für Demenz und kann äußerst schlimm für Betroffene sein. Unglücklicherweise gibt es bis zum heutigen Tag keine effektive Art der Behandlung bei Alzheimer. Aus diesem Grund ist es wichtiger denn je präventiv und vorbeugend zu agieren, um die Krankheit aufzuhalten bevor sie auftritt. Ein bekannter Fakt in der Forschung ist, dass in der Entstehung von Alzheimer oxidative Schäden und Entzündung eine gewaltige Rolle spielen. Das im Kurkuma enthaltene Kurkumin besitzt eine positive Auswirkung auf beide Faktoren. Ein weiteres Hauptmerkmal der Alzheimerkrankheit ist die Entstehung amyloider Plax zwischen den Neuronen des Gehirns. Diese sind vereinfacht gesagt Proteinfragmente, welche der Körper produziert. Das Kurkumin passiert Blut-Gehirnschranken und trägt maßgeblich zur Beseitigung dieser Fragmente bei. Das führt zu einer nachweislichen Verbesserung von pathologischen Prozessen, die zur Alzheimererkrankung führen. Nummer 8 Kurkuma-Präparate bei Arthrose und Rheumadoider Arthritis Arthrose betrifft viele ältere Menschen vordergründig in der westlichen Welt. In der Regel werden die verschiedenen Symptome durch Entzündung in den großen Gelenken ausgelöst. Angesichts der entzündungshemmenden Wirkung von Kurkumin lässt sich die Wirkung bei Arthrose und Arthritis erahnen. Einige Studien zeigen, dass der zusätzliche Einsatz von Kurkuma bei Arthrose und Gelenkentzündung unterstützend wirkt und zu einer besseren Beweglichkeit führen kann. Nummer 9 Kurkuma-Wasser am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen Der Wirkstoff Kurkumin hat sich in der Behandlung von Depression und depressiver Verstimmung als vielversprechend erwiesen. Im Verlauf einer kontrollierten Studie konnte nachgewiesen werden, dass Kurkumin ähnlich wirksam ist wie ein herkömmliches Antidepressivum. Dabei wirkt es auf den erwähnten Neurotrophenfaktor und unterstützt wichtige Funktionen im Gehirn. Darüber hinaus besitzt das gelbe Wundergewürz vermutlich eine Auswirkung auch für die Depression wichtigen Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin. Diese Glückshormone können gezielt in der Entstehung angekurbelt werden und das mit einem morgendlichen Kurkuma-Drink. Nummer 10 Kurkuma für langanhaltende Schönheit und Anti-Aging. Die unterstützende Wirkung von Kurkumin bei Herzkrankheiten, Krebs und anderen altersbedingten Erkrankungen führt natürlich zu einem längeren Leben. Der Wirkstoff geht jedoch weit über die Vorbeugung von Krankheiten hinaus. Durch seinen Einfluss auf die Oxidation und Entzündung, die beim Alter in eine Rolle spielen, erfreut sich Kurkumin großer Beliebtheit als Anti-Aging-Mittel. Es besitzt darüber hinaus eine positive Wirkung auf die Alterung der Haut und kann gezielt zu jüngerem Aussehen und einem längeren Leben führen. Unser kurzes Fazit. Die chinesische und indische Medizin behalten Recht und zwar hinsichtlich der vielen wissenschaftlich erwiesenen gesundheitlichen Vorteile von Kurkuma. Dieses natürliche Wundermittel besitzt großes Potenzial im Kampf gegen Herzkrankheiten, Krebs, Demenz und anderen allgegenwärtigen Krankheiten. Kurkuma ist äußerst preiswert und definitiv den Versuch wert. Der aromatische Duft und würziger Geschmack eignet sich perfekt für ein leckeres Wasser, einen morgendlichen Tee oder als Gewürz beim täglichen Kochen. Angesichts der vielen Vorteile solltest Du definitiv darüber nachdenken, die Goldene Göttin in Deinen täglichen Speiseplan zu integrieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest Du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn Du neu auf unserem Kanal bist und Dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit Deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.